Der lebendige Adventskalender 2023 am 1. Advent. Der Bosaunen-Chor Wohra musizierte bei Familien Hofer und Nau in der Glutnerstraße in Wohra. Freude und Weihnachten. Es gibt die Gaumenfreude. Da ein herzliches Dank an unser Team, die Wohra umfacht. Wir freuen uns gerne mit Ihnen bei uns. Wir haben uns ein riesen, riesen Dankeschön an die Gisela Fagina für die Ronnenweiße. Nussecken, also Gaumenfreude von aller Feindlung. Nussecken, also Gaumenfreude von aller Feindlung. Musik Schnellicht und hier Schnee aufgefahren ist und ordentlich Eif und Schnee da ist. Frau Darian, passt das Wetter super zur Station. Herzlichen Dank für die tollen musikalischen Weisen. Ein kleines Dankeschön für die Ausrichtung. Ein Herzchen mit der Krei drauf. Wem darf ich das umhängen? Ein herzliches Dankeschön für die tolle Station und morgen Abend dann in Hertingshausen, der Heimat- und Lugendottenverein macht die Station und auch eine nette Möglichkeit sich mal auf den Berg zu machen. Vielen Dank.